Hallöchen meine Süßen, ich bin gerade bei meinem Freund, wie ihr sehen könnt und ja, heute soll es bloß mal so ein kleines Ankündigungsvideo, würde ich sagen, geben. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn ich mein 150. Video gedreht habe und ich mein 200 Abonnentenjubiläum habe, es ist ja nicht mal lang, es fehlen noch drei Stück momentan, dann habe ich mir überlegt, mache ich euch wieder mal eine Verlosung. Ich weiß nicht, ist das okay für euch? Habt ihr Lust, mal wieder was zu gewinnen? Die letzte ist ja jetzt, naja, noch nicht so lange her, aber es waren ja viele enttäuscht, dass sie nicht gewonnen hatten und deswegen habe ich mir diesmal überlegt, nicht so lange wieder zu warten und schon mal jetzt eher eine Verlosung zu machen. Und da habe ich halt jetzt gedacht, so mein 150. Video ist eigentlich keine schlechte Idee. Okay, ich bin jetzt bei 138. Wenn ich dieses Video hochlade, werden es schon ein paar mehr sein, also dann sind wir schon näher an den 150 dran. Es fehlen dann bestimmt bloß noch fünf oder so, also das wäre dann quasi noch eine Woche zu warten. Also die Frage an euch, habt ihr Lust, mal wieder was zu gewinnen? Ich hätte schon eine schöne Idee vielleicht, was ich euch verlose. Und ja, das soll es für dieses Video auch schon gewesen sein. Ich kann ja noch kurzes Outflow of the Day machen, weil ich heute dieses schöne Kleidchen trage, was ich mir bei New Yorker gekauft habe. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich finde das total niedlich. Darunter habe ich jetzt einfach nur so ein weißes Shirt angezogen und halt dieses rote Kleid mit einer schwarzen Leggings einfach nur. Ja, so. Und auf den Lippen trage ich von Rimmel einen Lippenstift. Ich weiß nicht, 140 ist es, glaube ich. Ja, so. Also, das war jetzt die Verlosungsanführung mit einem schnellen Outflow of the Day. Und ja, also schreibt mir und wir sehen uns. Ciao!